Wollen wir mal gucken hier. Ihr müsst da nicht rechnen. Ja, ja, ich könnte Red Buff starten, aber... Keine Ahnung. Er meint eigentlich, ja, ist egal jetzt. Ja, was meintest du denn? Ja, ist jetzt egal. Ja, hä? Du hast irgendwas von Red Buff erzählt. Ja, wenn wir den Gegner von Red Buff jetzt invaden und du den bekommst, kannst du theoretisch eine LX2 gegen die Mitte machen. Aber das ist halt besser, wenn du auf der Blue Side bist. Bisch. Bisch. Geil. Bischart Bisch. Komm aus dem Süden, ich darf sowas. Ne. Wer ist denn Graf Falkenstein? Oh, Hesop. Keine Ahnung, was geht mit dir? Was ist los gerade hier? Ach, Laura. Oder will ich dich Marie nennen? Du hast ja drei Namen, stimmt. Oh, 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 oh. Stun? Hallo, warum kommt da kein Stun? Ja, ich hab sie nicht gesehen, Mann. Oh, oh. Ich hab mein Hit auf die Laura Touch. Dieser Peric. Dieser Peric. Oh, sehr schön. Weggesteilt den Peric. Oh, guck mal, da hat die Laura direkt wieder alles gut gemacht. Das klappt auch. Lass doch beim Red machen. Red, 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 Red. Seit wann heißen die Karte? Boah, Hesop, halt mal die Schnauze jetzt. Wirklich. Wirklich langsam. Irgendwann reicht's. Also. Ach, das war eigentlich eine normale Frage. Ja, aber hast du ja gerade schon gefragt, er ist ja. Du musst doch nicht wunderbar sein. Ja, du hast ja nicht geantwortet. Oh, jetzt nehmen. Change gemacht. Nein. Nein. Ich kann versuchen gleich mit zu ganken. Wer schon ein Porn ist. Ja, ich komme. Oh, der ist tot. Gut. By the way. Top lane kann sein, dass der Kha'Zix hinkommt. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Kha'Zix bei Blue gestartet hat, oder? Anscheinend der LX aufkam. Naja, ich glaube nicht, dass er aufkam ist. Nur die Katte hat auch mit dem Dings gestartet, im Zowerbuch. Das ist auch richtig strong. Ich hab gehört, Dorian's Blade ist auf Kha'Zix auch strong. Ja. Ja. Das haben wir ja gelernt. Ja, macht doppelt so viel Spaß, wenn der Kha'Zix auch hier im Teamspeak ist. Der Dingens ist... Kha'Zix war in meinem Red. Ah, der hat meinen Red genommen. Oh. Jetzt ist er auf dem Weg, ja. Macht die Kha'Zix denn da in der Mitte? Fack mich nicht. Kann sein, dass der Kha'Zix kommt, ne? Der war schon top. Ne, ich meine Mitte. Hier, Dingens, Dorans Shield ist doch gut aufkattern, ne? Ja, hab ich auch. Ja, sicher. Musst du auch bauen. Brauchst keinen Blade oder Ring. Ja, Blade ist ja auch total useless, oder? Ja, das war ein bisschen doch. Ja, ja. Ne. Wer hat ja mal einer Blade gebaut? Darum ging's. Ich glaub, ich muss mal gleich back, oder? Ne. Ich hoffe, der hat meinen Redo gecleared. Ah, Mann. Ah, der Darius ist fast tot hier oben übrigens. Ja, ich komm mal hoch. Ich bar jetzt Mana für den Flip, dann können wir den killen. Ah. Ja. Mal eben 20 Mana warten. Dann lass den mal ruhig ein bisschen kommen. Ah, ich lasse den Jeyer nur. Ich mach mir jetzt irgendwas. Ah, ne, lass, 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 lass. Ah, ich glaub auch fast. Darius, der gegen Sinch von der Lane gedrückt wird, ey. Der hat gerade eben geflasht, 1 mm nach vorne. Hm, das stimmt leider nicht. Es soll eine Diamant-Katharina sein. Weißt ja, ja. Weißt ja nicht, was für ein Diamant. Diamant 5. Naja, ne, ich meine... Achso, ja. Vielleicht ist er da auch ein eBay-Diamant. Ja, sieht aber immer so aus. Die sind am günstigsten, hab ich gehört. Ab 50 Euro schon zu haben. Echt? So günstig gibt's die Accounts schon viel mehr? Ne, aber Platin kriegst du schon ab 50 Euro teilweise, ja. Okay, neftig. Hab ich nicht gedacht. Ja, Bottom ist zu sehr gepusht, ne. Ich kann Bottom auf jeden Fall nicht ganken. Die Lane ist ausgeglichen im Moment. Ja, ich meine, ja, geht mir nicht darum, wo die Minions sind. Geht mir darum, wo die Helden sind. Wenn die schon am Tower stehen. Alter, Mitte ist ja Rape. Ne, nicht mal. Ja, ich komm mal in den Busch hier rein. Ähm, Kezix ist Mitte. Da ist eine Bar drin im Unterne. Ja, ist okay. Darius ist voll gut gegen Mundo, ne. Hab ich gemerkt irgendwie. Also fand ich zumindest. Ich mach mich mal Stealth. Ich mach mich mal Stealth. Sehr gut. Die Twitch Mechanics. Rechtsklick. Null Flash, ey. Ist ja lustig. Ach man. Mann. Armathe 27. Die ist Level 4, Alter, die Katharina. Ich glaub ich steh im Wald, ey. Was ist denn hier los? Ich hab 303, sie hat. 040. Ich weiß auch nicht, was die hochskillt. Das weiß ich. Ich seh es halt nicht. Es ist... Ja, gut. Wie willst du das auch sehen? Ich hab die Skills mit Singed. Ja, ich hab mir der Singed immer beim Chris S angeguckt. Der ist echt cool mit Singed. Also er macht echt Bock dem zuzuschauen. Auch wenn der Soraka Top spielt und so, ey. Das ist einfach super genial. Macht mega Spaß. Ja, Soraka Top spielt ja links. Searches jetzt auch. Ja, da ist er da. Der heißt Chris S. Das ist einfach nur den sein Name rückwärts. Alter, Mitte ist Rape oder was? Machst du DFG Cutter? Ja. Okay. Das ist richtig Zerstörung, Alter. Hab ich paar Mal gesehen. Hab ich paar Mal gesehen, Mann. DFG Cutter. Geht einfach mega ab. Ich sag meistens nur, wenn du wirklich den hardstumpst. So, ich komm hoch. Können den gerne versuchen zu killen. Aber ich weiß nicht, ob der einen reward hat. Ja, aber ich bin da alles rangekommen. Damit hat er nicht gerechnet. War ein bisschen doof, aber... Vor allem, er hätte einfach auf mich gehen sollen. Mich hätte definitiv gekillt. Der hätte mich einfach nur einmal auto-tacken und ultihen müssen. Dann wäre ich gestorben. Ja. Einen von beiden auf jeden Fall. Was ist das? Ich hätte da vielleicht sogar auch gekillt. So viel Stacks von Blutung, wie ich hatte. Naja, deswegen. Oh, warte mal. So. Äh, wollte ich denn mit den Gank. Was? War das denn der Ernst gemeint, oder? Nein, natürlich nicht. Na, weiß ich denn nicht. Kann doch sein, ey. Klar. Oh, wo ist denn schon wieder? Ach, warte mal. Ich geh erstmal zum Red. Null. Der Flash, hattest du kein E? Nee. Okay. Kriegst du überhaupt noch Gold für die? Keine Ahnung. 20 oder so, ne? Ja, mit 0,6 ist halt ja schon eine berechtigte Frage, also... Ja, natürlich. Muss Ebay sein. Naja, nicht unbedingt Ebay, aber... Vielleicht... Ich weiß nicht, ob der trollt einfach nur, oder ob der... Weiß ich nicht. Irgendwann ist auf jeden Fall mit dem nicht normal. Ich komm mal wieder top. Ich komm mal wieder top, ja. Okay. Lass den mal trollen, hier. Here go. Ich hab Red Buff. Das ist echt so lame, ey. Richtig gut, ey. Richtig gut, ey. Zinscht ist aber auch echt sein... ...Mongo-Held, ey. Wirklich. Alter, was ist denn hier los, Mann? Was ist das denn für ein Game? Ah, 2 Volt. Also die... Ich weiß nicht, der Kha'Zix... Ach, der ist Bot. Oh, Laura. Scheiße. Da wird die Laura zu greedy. Aber getankt hat sie nie los. Ja, wenn der Ding's nicht da gewesen wäre, hätten wir die ja abgerissen. Naja, klar. Da wird noch 2 Minutes für Level 6 gebraucht. Ist da noch ne Chance gehabt zu... Es gäbe. Was ist los mit dem? Ah, denkt der denkt... Ohne Witz. Lol. Oh, Alter. His-Level ist nix. His-Level ist nix. Hiss auf, komm her. Lol. Diese Mechanics. Ah. Alter. Oh. Oh Gott. Das war Fail. Das war Fail. Das war Fail. Das war Fail. Oh, das war richtig Fail. Oh, ich komm auf. Pass auf! Nein! Ihr Scheiße! An der Blüten stimmst du noch! Oh Gott! Ah, ich hab Vision gegeben kurz. Scheiße. Ich hab ihn nicht getroffen. Den können wir da hin. Das hat er nicht gebacken gekriegt, mich zu killen. Nachdem ich so Über-Law war. Der hätte... Oh Gott. Jetzt thrones er aber richtig hart hier. Nein! Nein, bitte! Godlike! Godlike! Im Stealth Expunched! Tod Expunched hab ich den... Ah, der ruf war gerade gut. Er flasht. Entschuldigung. Einfach über der Wand geworfen, ey. So. Wie läuft Bottom? Ganz okay. I'm such a feeder. Ja. Ey, die ist schon wieder 7. Ich bin Level 8. Das ist auf jeden Fall strong. Ich bin Level 10. Ja, ich bin Level 12. Ey, normalerweise brauchst du echt nie wieder einen Blubuff mit dem Spirit Stone, ey. Oder mit dem Jungle Item, ey. Das ist echt schön. Jedes Mal, wenn du auch nur ein bisschen Schaden an den Minions machst, ey, kriegst du so viel Mana-Rack, ey. Ohne Witz. 67 Gold. So viel gibt der White. Lass mal Drang machen, komm. Komm. Wie der getrollt wird hier oben. Ich finde aber aus Singed kannst du deine Lane eigentlich echt nur gewinnen, wenn der Gegner entweder kacke ist oder du den irgendwie ein bisschen outplayen kannst. Ansonsten geht das nicht. Ich hatte keinen Smile. Hallo. Da wären sie weg, ne. Da wären sie weg, ne. Oh fuck. Die kommen jetzt. Ist immer noch so geil, dass man die Wards zieht. Boah, jetzt. Jetzt. Gibt's die total zerstörung auf der Batlin. Oh. Also wie lange brauche ich für den Casics? Scheint nicht so lange. Ah, da hab ich dir Vision gegeben. Vision of Duke. Wollte erst eine Expansion, aber hat nicht mehr gereicht. Aber werde ich die Gegner trollen. Anders kann ich mit ins Vorfeld gehen. Ah, sicher. Also am Anfang vielleicht nicht, aber jetzt inzwischen trollen so nur noch rum. Ja. 9-1 Cutter 7-0 Twitch 4-0 Katen. Und dann, wer tanzt aus der Reihe? 0-1 Singed. Was ist da los? Dieser... Laura hat mehr Kills. Dieser Feeder. Feeder Singed. Laura ist ja auch awesome. Laura ist awesome, ja. Das ist das Problem. Deswegen haben die Gegner wohl auch keinen Bock mehr. Ohne Witz. Hast du gesehen? Laura wurde Gold 2 eingestuft hier so, ne? Na wie überhaupt, ja? Ja, Pro. Das ist doch schlecht. Oh! 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 Wir haben eigentlich guardate Resten und alle drei校ort escape. Oh! Bin ich gespannt wie du machst. Ich weiss nicht ob du nicht ab und noch den deadly kann. ich glaub es nicht ab Evolution Mandeln ja so fast. Oh! Ähm, easy. easy reinfeeden meint so 2003. gg easy new rules. nochmal um den kasten zu fressives auf Vauchumiu hier. Godlike! Darius ist Mitte. Ja. Das ist ja wirklich ein... Spannendes Game. Sehr sehr komisches Spiel. Keine Ahnung warum die das machen, aber auf jeden Fall machen sie das, was sie machen. Es ist egal. Ja, mir auch. Hey, brava. Hey, hör auf mich zu töten. Nein, ich wollte sie rüberwerben. Nein. Und die kann mich nicht killen. Oh mein Gott. Die ist 0-12, was erwartest du? 0-12? Ach du Scheiße. Die ist ja fast jede Minute einmal gestorben. Du heilige. Ja. Minute 17. G fucking G man. Ich hab das mal mit dem Blue gemacht, da hatte ich den Flip mit Level 1, da hab ich den Ruber gekauft. Ja. Da ist ein Warr drin. Hier? Weil der Kha'Zix kommt trotzdem nicht. Nicht dass der nicht springt. Ja. Es besteht die Möglichkeit, dass Katharina da ist. Ja. Die ist auf jeden Fall Katha. Diamonds? Das ist ein Troll. Ich mein, dann merkt man auch. Die Mechanics sind gut. Ich bin ein Beyblade. Ja. Also ich sag ja, ich hab echt wirklich noch nie verstanden, was so der Spaß an diesem Troll ist. Also... Ich sag mal, wenn man was Trolliges spielt, ist ja was anderes. Aber ich sag mal, wenn man absolut reinfeidet, da hab ich echt noch nie verstanden, was daran der Witz sein soll. Dann fühlen die Gegner. Aber vielleicht hab ich auch nicht den Humor. Den die haben. Ah, das ist sowas. Ah. Ich hab ja wieder mit welchen auf Bronze gespielt. Als das immer... Poppy gegen Sincht. Ich steh 1-0 und dann ist er nur noch reingerannt. Wegen 1-0, nur noch reingefeeded. Bei manchen reicht halt schon so ein Tröpfchen. Ja. Um das fast zum Überlaufen zu bringen. Um das fast zum Überlaufen zu bringen. Ich hab direkt verloren das Spiel angeblich. Oh nein. Die Cutter schon. Nein, ich hab den Tibboss gesmartelt. Tibboss Smite OP. Da ist die. Jetzt kommt Sincht. Das war auf jeden Fall worth. Wuff. Wuff, wuff. Ach, warum steht der Darius jetzt hier? Der will das nicht, ey. Nein, Laura. Die dumme Kuh wollte ich haben. Die dumme Kuh wollte ich haben. Die dumme Kuh wollte ich haben. broke. Ja, 10 Sekunden noch. Dann ist dieses Game... Näh, die surrendern nicht. Was für ein Scheiß. Können die noch gewinnen? Äh, um 37. Verkackt, Darius. Also echt... Keine Ahnung. Wie lange war das Game, wird ich lange nicht mehr. Weiß doch nicht, weiß doch nicht, warum die das machen, ey. Naja, was soll's. Muss auch mal solche Leute geben.